Oh, was ist hier los? Mein Kopf. Oh Gott. Oh Gott, wo bin ich gelandet? Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Oh, mein Schädel. Oh Mann. Was ist hier los? Oh Gott, was ist gestern nur passiert? Oh Mann, hier sind überall Käfige an der Decke. Und was ist das hier für eine Tür? Wo die wohl hinführt? Oh Mann, in was für eine Scheiße bin ich geraten. Und an der Tür ist nichts anderes dran. Es ist nur eine Tür. Oh Mann, wie komme ich hier nur weg? Ist hier vielleicht irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube da ist irgendwas. Tarmstein. Ich gucke mir das mal genauer an. Okay, dann schauen wir mal, was da liegt. Es scheint irgendein Brief zu sein. Ja, was so viel heißt, wie wenn wir einmal klopfen, wecken wir sie auf und ein zweites Mal erwacht sie vor den Toten. Guckt euch mal diese kranke Zeichnung an. Da werden Menschen gefressen. Und mit sie ist wahrscheinlich dieses Wesen gemeint. Und hier die Körper, hier fehlt ein Kopf sogar. Oh Mann, was ist hier los? Ja, hier ist alles voller Blut, wie ihr seht. Die ganze Decke hängt voller Käfige. Ja, Leute, ich kann nicht guten Gewissens hier jetzt zweimal diese Tür klopfen. Ich bin ganz alleine und ich brauche eure Hilfe, ich brauche eure Unterstützung, mich durch dieses Horror-Abenteuer zu begleiten. Und ich denke, ihr gebt mir die Unterstützung, die ich brauche, um das zu überstehen. Und ja, ich würde sagen, ja, ich freue mich auf diesen Abend mit euch zusammen. Ich freue mich nicht auf dieses Abenteuer. Aber gehört auch dazu und ich hoffe natürlich, dass ihr mich zahlreich unterstützt. Das Ganze findet nicht auf 2Bug VR statt, also hier, sondern auf dem VR-Pack-Channel. Wer den Kanal noch nicht kennt, dort haben wir mit mehreren VR-Youtubern einen gemeinsamen Kanal, wo wir öfters mal Livestreams machen von Spielen. Wir haben eine News-Sendung, wo alle zwei Wochen Donnerstags ausgestrahlt wird. Und ja, schaut einfach mal rein. Aber besonders wichtig ist, dass ihr jetzt Freitag reinschaut. Und ja, ich freue mich auf euch und auf den Abend und bis dann. Tschau. Tschau.